Oh, bin ich erschrocken. Oh Gott. Also... Nein. Ah, da ist er. Super. Na? Schon wieder eins. Mhm. Gut, da wir ja Platz haben. Mhm. Geht's resistent? Költeresistent? Aber warum nicht? Ja, ja. Das mit dem Erkunden macht schon Spaß. Und da unten ist Natrium. Bevor wir irgendwas anderes nehmen, schnappen wir uns Natrium. Weil da ja auch noch Kisten... Uh. Was ist da? Oh Gott, Hilfe. Da ist er. Was ist da alles? Okay. Echt? Äh... Äh... Ne, warte. Das da und dann... Was ist das? Aha. So... Warte mal. Wo ist denn das X? Wir haben doch hier auch einen. Oder? Bin ich jetzt grad ein bisschen... Und wir hatten doch noch so einen... Ah, da. Ja, das war da. Das... Ach, genau. Dann ist es anders. Okay. So. Jetzt. Na, Natrium ist immer gern gesehen. Noch mehr Natrium. Und der ist immer gut. Und... Ach, genau. Wir gucken mal ganz kurz. Und in der Luft tagaktiv. Unter Wasser immer aktiv. Mhm. Ja, unter Wasser immer aktiv. Klar. Oh, guck mal hier. Boah, das lohnt sich. Mhm. Natrium. Die wissen, wo sie hier sind. Mhm. Was ist das? Hm. Na gut. Ah. Ich verstehe. Warte. Jetzt. Das ist Gefahrenschutz. Und jetzt verstehe ich. Warte. Aha. Ja, super. Warte. Den. Machen wir den Haupt. Den. Ja. So. Jetzt müssen wir... Ich bin so doof manchmal, ne? So müssen wir es eigentlich, ja. Wie nach vorne? Warum? Die passen doch da relativ gut. Oder? Alle nach vorne. Ähm. Dann habe ich nicht genug Platz. Funktioniert nicht. So. Okay. Nee. Noch eins. Oh Gott. Sag mal, was ist denn hier alles? Ach, da wollten wir hin. Wobei die... Nee. Die ist noch näher. Hm. Warte. Warte. Also nochmal. Macht aber keinen Unterschied. Technologie aufgeladen. Aha. So. Das da kann ich jetzt auch nochmal in Technologie machen. Das Schild. Ich weiß. So. Da reicht es aber immer noch nicht. Weil ich habe jetzt keinen Platz mehr. Kann ich auch irgendwo... Einen hätte ich noch. Genau. Ach nee. Das ist der, den ich jetzt gerade gemacht habe. Und ich kann jetzt nichts. Was ist Technologie? Fracht? Ist da noch irgendwas? Nein. Äh. Nee. Nee. Okay. Egal. Man kann es ja nicht irgendwie... Nein. Ich lasse es jetzt mal so. Beziehungsweise wenn es ja nichts bringt, dann kann ich das gerade nochmal... Ah nee. Da ist ja auch alles voll. Oh Gott. Ich habe einfach nur noch einen Inventarplatz. Gut. So. Ja. Machen wir später. Na okay. Ein paar Farbenstechnologie-Modul und noch mehr Natrium. Ach. Golma, ich habe dich gar nicht gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. So viel zu. Ups, ja komm. Schafft wir das? Ja, das hat geklappt. Gerade so. Lalalala. Genau. Dann kriegen wir es vielleicht hin. Ich meine, ich bin ja ganz in der Nähe von meinem Schiff und da ist noch Platz. Das passt schon. Aber jetzt möchte ich erstmal hier ein bisschen Technologie. Mhm. So. Gucken, ob es hier auch wieder vier gibt oder wie viele. Boah. Drei. Super. Bis jetzt habe ich immer nur zwei. Ähm. Genau. Da war doch eins dann, das dann kurz hinten dran noch war. Was ist das denn? Oh. Relikt. Da habe ich gar keinen Platz für. Ja. Haben wir sonst noch was? Mhm. Na, tu scheiße. Na egal. Relikte, glaube ich, klingen immer so furchtbar toll. Weil vielleicht ist es ja was. Für mich sind auch jetzt die, ähm, ähm, klingen diese Erweiterungsmodule gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob sie mir den Platz wert sind, aber egal. Hä? Hallo? Was genau willst du? Nochmal. So. Nochmal. Wo bist du? Ähä. Das verstehe ich dann immer nie. Wo genau ist das Ding? Ja. Ja. Das muss ja dann irgendwie hier sein. Oder? Hey. Warum kapier ich das nicht? Warum kapier ich das nicht? Habe ich es schon gefunden? Ähm. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hm. Kobalt, aber... Kann mir mal ganz kurz jemand sagen, wo dieses Ding vergrabenere Licht ist. Jetzt ist es ganz weg. Nee, da ist es. Nee, da ist es. Aber es... Ja, genau hier. Oder? Nach oben. Alter! Versteht das jemand? Jetzt ist es. Jetzt ist es. Da oben. Jetzt ist es. Da oben. Da oben. M. Ähm. Oh. Oh nein. Jetzt, wo ist dieses vergrabene Relikt? Ich bin direkt da. Neun. Oh. Ne Quatsch, ich muss in die... Oh. Acht U. Immer noch. Acht U. In diese Richtung. Ich geh mal da runter. Ich hab ne Idee. 26 U. Aber wo? Aha. Ziel erreicht. Aha. Plötzlich geht's. Wie Ziel erreicht. Aber immerhin. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Für'n Wirbelwürfel? Ernsthaft? Na super. Oh. Wasser. Ja, ja. War es ja. Das ist ja das Ding. Windisch. Extreme Strahlung. Wir müssen. Bitte. Strahlungsschutz. Jetzt wird es. Na, hier gibt's die Viecher wohl nicht. ja ich habe es war markiert moment ist mein strahlenschutz der ist doch ist doch alles aufgeladen hier mögen die mich nicht so gerne ach weißt du was das dachte ich mir das nehmen wir noch mit dann soll es das für mich gewesen sein was haben wir denn da oben ist das dann war da so ein technologie was haben wir denn da ist das natriumkristalle Nicht gut. Achso, ne, brauche ich. Gut, okay. Ist okay. Nein, das wollte ich. Oh! Schön, wenn einem einer plötzlich Natrium schenkt. Das muss wohl an den Puls liegen. Äh, Quatsch. A214, ne? Ja, gut, gut. So. Also, es ist nicht wahr, nicht schön, aber wahr. Dann, ich geh doch mal da. Oh, Mann, Mann, Mann. So, hab ich davon welche? Das ist, das ist die Wasserstoff, ne? Ja. Ja, aber nicht damit. Ich bin so nah am Schiff. Ich muss mal jetzt alles ausnutzen. Ja, komm, Ziel erreicht schon wieder so ein Ding. Und, wie gesagt, ich hab's bereits markiert. Ah, jetzt sehe ich jetzt auf dem Boden. Ähm, ja, Moment. Ähm. Ah, ja. Ja, komm. Wie viel gibt's denn? Ah, sehr schön. Drei Stück, super. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 15, das ist ganz schön viel. Oh, je. Oh, je. Aber noch ein bisschen was. Ist auf dem Weg dahin noch irgendwas? Äh, brauche ich nicht. Da ist, genau. Die nehmen wir. Die brauche ich nicht zu markieren, weil ich's sehe. Okay. Das heißt also. Ne, krieg ich nicht hin. So. Oder warte mal. Ne. Ist, glaub ich, ein Trick, den ich jetzt erstmal nicht anwende. So. Ja, 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 ja. Hat das schon wieder. Aha, gut. Okay. Ich verstehe. Ja. Da möchte ich ran. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ja, die bringen schon ein bisschen was. Und das bringt nix. Ja, ich weiß. Ja. Ich mein, ich muss es ja eh sofort wieder weg machen, aber egal. Äh, vielleicht haben wir jetzt unseren... Äh, ja, ich glaub mal. Sag mal, willst du mich ver... Weißt du was? Hm. und das ding ist